Yo Leute, was geht? Hier ist euer Sajen Niklas und wir sind hier bei einem kleinen Unboxing vom, ihr seht es vielleicht schon, Landwirtschaftsmonate 2015. Ich hoffe mal, es ist nicht so schlimm mit der LED, ich habe die jetzt mal angemacht, weil es ist ein bisschen dunkel, aber leider spiegelt die sich hier ein wenig. Ich hoffe mal, das geht noch. Ich dachte mir, komm, du machst mal ein ganz kurzes Video, das kannst du schnell hochladen, für die Leute wissen, du hast es und nimm es jetzt auf. Also wie gesagt, ich fange jetzt sofort an aufzunehmen, sobald ihr es mit euch entpackt habt. Ich habe da noch ein Geiltes gemacht und ihr seht vielleicht schnell hier vorne. Ich habe die mit Amazon-E Bonus-Inhalte-Version für die Limited Edition, bzw. die ganz große, war mir dann doch zu teuer. Ich sehe die schönen Landwirtschaftsmonate 2015. Und mal kann das hier vorne, habe ich gesehen, hier schon Klops, kann man aufmachen. Und hier sehen wir halt ein paar der Bilder, die wir schon aus dem Internet kennen. Hier haben wir jetzt ganz großes Bild mit dem, wer ist es noch, Harvester. Hier steht nochmal an Landwirtschaftsmonate 2015. Wenn das Ding jetzt scharf steht, da haben wir es. Ja, das war dann die aufklappbare Seite. Dann gucken wir mal weiter auf der Rückseite. Willkommen zur neuen Generation des Landwirtschaftsmonate. Ihr könnt euch das hier mal gerne mal durchlesen. Das ist bereits getan und hier steht da, Multiplayer bis zu 15 Leute, das ist eine Menge. Hier seht ihr die minimale Systemanforderung. Schafft man PC so gerade eben. Enchant for Intel Core, Nvidia, schön die besten Marken der Welt dabei, ne. Aber hier ein paar Geräte und da noch ein paar Bilder. Was soll ich mal sagen. Unterseite. Oberseite. Gucken wir mal, dass wir das Ganze aufkriegen. Haben wir irgendwo ein Messer oder so? Dann gucken wir mal, dass wir das eben mit dem Daumen. Wie geht das? Komm, jetzt geh. Es ist nie so einfach, die ganze Scheiße hier aufzukriegen. Ich brauche echt mal so ein Messer. Da ist die Verpackung auf. Die erste, die oberste. Jetzt, äh, komm. Na, kommt so raus. Fütiert, Mikro. Da ist schon wieder Müll gesehen. So, und hier habt ihr dann mal das Spiel. So, wie es dann noch bei euch ankommen wird, wenn ihr es dann bestellt habt. Mal gucken, ob wir das irgendwie mal hier vorne so aufkriegen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man nur eine Hand hat. Aber ich krieg's hin. Ja, da war schon die erste Ecke offen. Komm schon. Schon mal drei Minuten muss Gas geben, sonst wird das wieder zu groß. Das ist ja Gas geben, aber ich kippe das echt nicht auf. Ich bin hier verarschen. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht, ne? Like a Pro. Das Ganze ist aufgemacht. Mal gucken, was hier so drin steht. Das heißt, der Lamborghini habe ich bekommen. Mal gucken, wo hier der Coach steht. Den dürft ihr natürlich nicht sehen. Dann haben wir hier eine Spielanleitung. Wenn jetzt noch mal in Sachen drinstehen. Ups. Sind sie nicht gesehen, obwohl bis das Hookladen ist, hat das schon lange installiert. Naja. Und hier noch, oh, oh, oh. Jetzt wird's ganz spannend. Warte, ich muss euch mal ganz kurz weglegen. Jetzt kommt es zum Map, Leute. Ich habe hier eine übergroße Karte von der Map. Aufgabenbrett Mission. Oh, das klingt schon so geil. Was ihr alle sehen wolltet. Seite 1. Und jetzt kommt das Schmanze. Ach ja. Geil. Seite 2. Na, da kann ich das nicht ganz so geil halten hier jetzt. Jetzt spiegeln und so. Mal gucken, ob ich da noch ein cooles Foto von bekommen irgendwie. Und er sieht einfach so geil aus. Ich würde sagen, das war's mit dem Unboxing. Wir sehen uns gleich im Let's Play. Ich weiß noch nicht, wie lange gebraucht zum Hochladen. Bis dahin noch viel Spaß mit den anderen Videos. Und wie immer, ihr seid die Besten. Und nochmal, herzliches Dank für 100 Abonnenten. Das wollte ich nur sagen. Wir haben hier 100 Abonnenten geschafft. Ich gucke mal, ob ich das mal irgendwo hier gerade so... Ja, da. Aber ich kriege das Licht jetzt natürlich nicht aus. Deswegen müsste ich irgendwie gucken. Da, 101 Abonnenten haben wir. Wir haben es geschafft. Deswegen wird bald eine zweite Wombtour kommen. Und wer gemerkt hat, dass ich gerade zum linken Motor gegangen bin, der wird sich da schon was denken. Obwohl ich auch noch ein Let's Play damit gemacht habe. Von daher kann ich mal so ganz kurz... Oh... So ein kurzer Überblick. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß mit den anderen Videos. Euer Sargent Niklas. Tschüss. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go!